Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Horse Riding Tales und gerade ist hier direkt eine Social Quest gestartet und da würde ich auch mal sagen, wir machen, wie geht die denn noch? Ähm, ich seh's gerade gar nicht. Wo ist denn der Timer? Da unten. Ähm, 1.13 Uhr noch. Okay, das heißt... Moment, wir schaffen das. Die Gruppe ist jetzt schon fast durch. Das heißt, wir können da locker gerade mit Sachen noch sammeln. Wir sollten aber auf jeden Fall was abgeben, sonst zählen wir nämlich nicht als mitmachend. Auch wenn ich jetzt gerade nicht auf dem Pferd sitze, aber das ist durch Zufall gerade gewesen, dass ich reingekommen bin. Deswegen gucken wir nochmal. Wir sollten 75 sammeln für den maximalen Bonus. Das schaffen wir natürlich nicht mehr. Dafür habe ich jetzt gerade ein bisschen zu spät das Ganze gestartet. Aber ich bin gerade eben ins Spiel reingegangen. Da war gerade die Social Quest. Ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt schaffen. Ich glaube, es fehlen noch 3.000. Wow, wobei. Oh mein Gott, wird das eng. Oh mein Gott, wird das eng. 2.000. Oh mein Gott, das wird super knapp. 15. 25. Yes. Ja, nice. Mal gucken, was wir jetzt da bekommen. Also ich habe ja wirklich kaum mitgemacht. Ähm, was haben wir jetzt dafür bekommen? 15. Ich habe nichts bekommen. Ah. Aber übrigens, wenn ihr euch wundert, ich habe in den letzten Tagen Haustiere gekauft, wie ihr seht. Und es war dieses Mal dabei der Mystic-Bär und das radioaktive Superschwein. Ähm, das Röntgenschwein. Oh mein Gott, das ist auch Holohem wieder hier. Sogar doppelt. Was ist das denn? Holohem. Ähm, aber ich bin froh über unsere beiden neuen Haustiere. Nämlich, wir haben wieder zwei neue Haustiere, denen ihr jetzt auch mit einen Namen geben könnt. Denn wir haben Holohem. Und wir haben den mystischen Fantasy-Bären. Denn die beiden haben wir jetzt neu dazubekommen, denen ihr gerne Namen geben könnt. Und zusätzlich... Oh Gott, ich habe vergessen, welchen Namen wir ihm geben wollten. Ach, nee, ey. Okay, das gucke ich beim nächsten Mal rein. Ich bin auch echt ein... Ich dachte mir davor noch notiert. Und jetzt habe ich den Namen vergessen. Na gut. Ähm, Regenschutz. Das heißt, wir müssen Po nehmen für Regenschutz. Und können dann noch unsere anderen Low-Pads so ein bisschen mit rein. Ich nehme am besten immer nur zwei. Das ist zwar die Chance geringer, dass es funktioniert. Aber dafür ist die Erfahrung einfach höher, die man dann bekommt. Für den einzelnen Pads dann immer jeweils. Also lieber nicht ganz 100%. Oh, 300. Das heißt, ein bisschen viel. Gerade. Machen wir mal die kurzen... Ähm... Haben wir einen von den beiden der Wald... Ich weiß gar nicht, ob das hier Waldschutz ist. Wir können ja mal ganz kurz gucken, dass wir sagen, meine Pads... So. Ähm... Ist das hier Waldschutz? Ich weiß gar nicht. Nee, ist es nicht. Aber... Dann... Ach, kann ich nehmen über Holohem noch mit dazu. Dann ist sie... Was? Holohem hatte die... Okay, dann packen wir das hier raus. So. Und wir haben noch das hier. Da ist auf jeden Fall eins gekontert. Bam. Na ja, 38% ist ein bisschen low. Egal. So haben wir direkt alle Quests auf einmal hier am Machen. Das ist doch super. Und hier sind jetzt keine neuen Sachen reingekommen. Müssten wir mal gucken. Was mich mal interessieren würde bei Holohem. Ich glaube, da haben wir aber echt nicht wirklich eine sinnvolle Frisur. Die Krone, ey. Aber ich spare es auch aktuell in meine Dias mal so ein bisschen. Könnt ihr mir aber auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr einen Namen für Holohem... Okay, okay, okay. Für Holohem habt... Eins. Nein! Ich habe nur einen zu craften. Was? Wo habe ich denn meine Opale hin? Okay. Auf das Risiko hin, dass wir nur... Nein, das sind drei. Okay, mach's gut. Okay. Okay, wir haben hier die nächste Route offen. Die nächste Flug-Quest. Und wahrscheinlich sogar die letzte. Okay. Wie war das nochmal? Wir müssten immer auf den Knopf drücken. Ich bin so lange nicht mehr geflogen. Genau, so war das. Ja, das war am Anfang halt ziemlich krass, die Flug-Quests. Aber jetzt haben wir ja genügend Ausdauer dafür. Aber es ist schon krass, was die Flug-Quests an Ausdauer verbrauchen. Also das ist kein Spaß. Muss man schon ordentlich aufpassen und immer wieder schön diese Sachen noch sammeln. Wobei ich jetzt glaube, dass wir in der letzten Zeit so viel... Habe ich es nicht getroffen gerade? Habe ich es zu früh abgebrochen? Hä? Schon wieder? Was? Oh nein, das schaffen wir jetzt gar nicht, oder? Ich habe sie jetzt jedes Mal zu früh abgebrochen. Oh nein. Jetzt habe ich zwei verfehlt, glaube ich. Boah, wir sind halt jetzt schon fast... Gute mal an, die Ausdauer ist ja schon fast weg. Uff, also ich weiß nicht, ob wir das jetzt mit einem Stern geschafft haben. Also das wird auch noch maximal ein Stern werden. Oh, gut. Was? Okay. Aminemann hat doch noch zwei. Moment, ja. Phoenix Round 3? Ist es das nächste? Erst? Oh nein, wir müssen das in dem hier schaffen. Das heißt, das ist das, was danach kommt. Shit, ich dachte, wir sind schon eins weiter. Oh nein. Haha. Ah, nun gut. Dann probieren wir mal unseren obligatorischen Multiplayer-Rid. Gucken wir erstmal, was da drin ist. Oh, das haben wir noch gar nicht. Aber irgendwie finde ich einfach, dass es mehr Sinn macht, die Multiplayer-Races zu machen, weil ich einfach diese schwarzen Perlen da mal rausbekomme. Wow, ja, ist klar, also ohne Scheiß, wenn wir, in dieser Woche werden wir hundertprozentig, hauptsächlich, ähm, diese Art von Rit machen, weil, hallo, ihr habt es gerade gesehen, wieder. Ähm, es ist wieder, ähm, es ist wieder die Woche von unserem Pferd, also, ist ja heftig. Sollen wir mal wieder kurz die ganzen Äpfel rein, reindrücken. Wir haben 430 Äpfel. Und es gibt 430 Äpfel, geben ein Level quasi nur noch, ey, oh mein Gott. Es ist so krass. Es ist so krass. Mit 400 Äpfeln ein Level, ey, ja. In welche Richtung geht das denn noch? Heftig. So, mal schauen, ob wir in der Invalid bekommen, auch, ob wir dieses Mal Glück haben. Die Spannung steigt. Und. Es ist immer bei 5. Aha. Nein. Hallo. Es kann doch nicht sein. Ah. Ach, komm. Warum immer bei 5? Nie Multiplayer-Matches hassen uns. Okay. Probieren wir es aber nochmal, wenn wir vielleicht noch ein bisschen. Wir müssen vor allem halt Opale sammeln. Also, ich denke mal, die werden wir am meisten noch brauchen. Mal ein bisschen rumlaufen und gucken. Also, aktuell müssen wir ja noch nichts sammeln, aber. Das werden halt 100%ig Opale werden. Aber erstmal guckt man noch, was auf andere Pferde da so in die Sinn machen. Nope. Ja, es ist so, dass wir den Schwarzen nicht fangen konnten. Ist ja auch okay. Das hat uns hauptsächlich Gold gebracht. Und Gold haben wir immer noch echt viel. Oh, das ist ein weißes Einhorn. Von der Leila-Flamme. Stein, 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 Stein. Dann kann man auf jeden Fall auch noch gebrauchen. Aber hauptsächlich Opal. Wer ist da vorne? Da vorne haben wir einiges an Opal. So. So. Gucken, ob jetzt der Inwald kommt. Ich würde heute gerne noch den hier abbauen. Ich hoffe, das schaffen wir noch gerade so. Jetzt müssen wir es eigentlich jetzt packen. Wenn er jetzt zur Inwald kommt, müssen wir es schaffen. Ja. Jetzt auf jeden Fall. Sehr gut. Sehr gut. Das ist ein perfekter Moment. Direkt, als wir es abgebaut haben. Und yay. Wir sind direkt bei der Six hier. Es startet. Oh, das neue Rennen. Oh mein Gott. Das ist jetzt wieder komplett durch die Stadt durch. Da habe ich eigentlich nicht so Bock drauf. Oh, das war super knapp. Ja, aber das ist krass, was wir hier an Geschwindigkeit jetzt haben. Also, auch wenn ich jetzt gerade einen krassen Mist zusammenreite, macht die Geschwindigkeit unseres Pferdes halt doch richtig viel aus. Die Runde um den Petplatz, ey, die armen Haustiere. Ja, okay, das war wirklich einfach. Das war richtig krass einfach. Damit haben wir wieder unsere Black Pearls zusammen. Nice. Können wir uns dann... Es fehlen uns halt wirklich fast keine mehr, der legendären. Also, es fehlt uns nur noch der legendäre Waschbär und Fuchs. Die beiden fehlen uns noch, den Rest haben wir komplett. Dann haben wir alle Fantasy-Varianten. Ne, ihr seht es ja hier von denen. Also, wir haben von den Pets... Haben wir in den Packs, wenn wir mal gucken. Also, uns fehlt... Den haben wir... Der sieht auch voll süß aus. Der hier fehlt uns, der Mystical Waschbär. Oder der Mystical Fox, aber der sieht halt... Den hatten wir eben noch mal gesehen. Also, es wird die Mystical Fox und Mystical Waschbär. Ah. Jetzt kommt er dann wahrscheinlich gleich irgendwann, aber ist jetzt egal. Ihr wisst ja, ihr habt ja wahrscheinlich schon ein paar Mal gesehen auch. Mal gucken. So. Mal gucken. Mal gucken, ob wir noch irgendein sinnvolles Pferd haben. No, haben wir nicht. Na gut. Dann schauen wir mal... Die 5 Minuten müssten durch sein bei manchen. Genau. Die heißen beide Potato. Immer noch als Name. Genau. Für die beiden könnt ihr euch einen Namen überlegen, ob ihr da eine Idee für habt. Dann machen wir am nächsten Mal dann auch sicher den Namen von unserem... Von unserem Wolf. Nice. Das hat auch funktioniert. Und... Hier auch. Ja, nice. Das war jetzt wirklich... Alle fast haben erfolgreich... Genau. Das ist doch super gewesen. So. Damit verabschiede ich mich dann aber auch für heute. Wie gesagt, eure Namen dafür gerne in die Comments. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal mit einer neuen Folge wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Bis dann. Nie. bis dann- bis dann Lot? D Bis zum nächsten Mal.